Die Allemagne ist nicht stabil. Ich glaube nur in die Jeunesse. In der Allemagne sind die Erwachsenen lieblich, aber ihre Kinder haben das Gefühl, diese Bilder zu verstehen. Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaubwürdig geworden sind. Sie verteilen Flugblätter, in denen ihre Lehrer als professorale Fachidioten bezeichnet werden. Uns interessiert speziell der politisch engagierte Film. Mit Filmkameras agieren wir auch nur in einem anderen technisch-chemischen Verfahren. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Wir haben viel zu lange mit dem Gedanken an die Revolution nur gespielt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss. In Frankfurt am Main explodieren am 11. Mai drei Bomben. In einem Bekennerschreiben verlangt die RAF eine Beendigung des Vietnamkriegs. Wir haben die Gewalt nicht erfunden. Wir haben sie vorgefunden. Alle Angeklagten stammen aus sogenannten geordneten Verhältnissen. Wie kommen sie zu ihrer Tat vor allem? Nein, meine Damen, das sind keine kritischen Geister, das sind destruktive Geister. Die einzige Sache, wo die Allemmann ist wirklich sicher, ist in der Jeunesse. Die Allemmann ist wirklich sicher, dass sie sich nicht mehr als ein bisschen 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 mehr